Ja, medienfreier Tag, aber bei uns ist trotzdem Oliver Bierhoff. Erstmal herzlichen Dank dafür. Nach einer, wie ich glaube, nicht ganz einfachen Nacht. Verdaut schon mal alles so den ersten Schock? Ja, keine einfache Nacht und auch kein einfacher Morgen. Also morgens ist es fast noch schlimmer, da wacht man nämlich auf und denkt, es ist vielleicht anders, aber es ist halt eben so, das Ergebnis ist es. Und man geht natürlich den Tag an und wir haben eigentlich relativ früh dann auch beim Training wieder irgendwie die Hände zusammengeschlagen, haben gesagt, jetzt müssen wir es angehen. Wir haben es jetzt im ersten Spiel verbockt, aber wir haben es selber noch in der Hand natürlich auch mit zwei guten Spielen und müssen natürlich die Ernsthaftigkeit sehen und die ist uns jetzt ganz klar bewusst geworden. Aber wie ist das abgelaufen? Also wir haben von einigen Spielern auch gehört und von einigen aus dem größeren Stab, dass es schon Diskussionen gab. Die Spieler haben zum Teil zusammengesessen, der Trainerstab, hat man auch insgesamt nochmal darüber gesprochen, wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist natürlich absolut notwendig und es ist auch gut, dass diese Unzufriedenheit da ist und dass natürlich diskutiert wird. Die Spieler untereinander diskutieren, sie diskutieren auch mit uns, mit den Trainern natürlich. Wir haben uns gestern Abend da noch zusammengesetzt, überlegt, wie wir die nächsten Tage auch gestalten, welche Punkte da sind. Bei so einer Unzufriedenheit kommen natürlich viele Punkte dann immer zusammen. Ich meine, ihr analysiert ja auch und ihr bringt verschiedene Punkte ran. Das sind natürlich personelle Themen, das sind taktische Themen, das sind natürlich Einstellungsthemen. Es ist am Ende dann natürlich auch so ein Gemisch und ich glaube, die Kunst liegt jetzt auch darin, Ruhe zu bewahren. Das ist ganz wichtig, aber mit Ruhe heißt nicht zurücklehnen und Gelassenheit und zu glauben, dass wir hier als Weltmeister halt das zweite Spiel gewinnen, wenn wir das erste nicht gewonnen haben, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit und unter welchem Druck wir jetzt stehen. Das hat ja das Schwedenspiel gezeigt und da habe ich aus dem Gespräch mit den Spielern auch das Gefühl, dass sich da jeder darüber bewusst ist. Wir brauchen auch gar nicht in alle Details zu gehen, aber zwei Sachen würden mich schon nochmal interessieren. Was gestern ja auch offensichtlich war, dieses Einstellungsproblem in der Abführung in der ersten Halbzeit. Da sagen wir Mexikaner, die hatten irgendwie eine Leidenschaft an den Tag gelegt und ein Tempo und das war bei unserer Mannschaft zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Gab es sowas wie, na Überheblichkeit ist sicherlich hochgegriffen, aber das kriegen wir auch mit unseren Bordmitteln geregelt? Ja, ich glaube, es ist nicht wieder nur eine Sache, es ist wieder ein Gemisch aus vielen Dingen. Ich hatte eigentlich aus den Tagen zuvor, wo wir sehr konzentriert gearbeitet haben und auch ich das Gefühl hatte, dass gerade auch die arrivierten Spieler unglaublich fokussiert waren und sich viel vorgenommen haben, hatte ich jetzt eigentlich ein gutes Gefühl. Im Spiel selber war es vielleicht einmal der Überraschungsmoment der Mexikaner, die Schwierigkeiten, die wir vorgefunden haben. Wir sind einfach nicht in Rhythmus gekommen und dann ist es natürlich vielleicht auch mal so eine Art Kettenreaktion. Und wenn natürlich dann der eine Schritt nach hinten schwerer fällt und nicht gemacht wird, dann fällt es dem nächsten auch wieder schwer. Und auf einmal kommt man in so eine Dynamik rein, die man eigentlich schwer durchbrechen kann. Die Halbzeit hat da geholfen. Ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man das ja anders gesehen. Da haben wir dann zu früh den Faden verloren und haben natürlich zu früh unsere Linie verloren und aufgemacht und dadurch das Risiko eingegangen, waren aber weitaus aggressiver in den Zweikämpfen und natürlich auch dominanter im Spiel. Aber das mit der Dynamik, danach gab es ja so eine Dynamik. Also ich habe das glaube ich noch nie gehört in der Ära von Joachim Löw, dass zwei Spieler wie Jerome Boateng und Mats Hummels so offen Kritik üben und ja auch verständliche Kritik in dem Moment. Jetzt ist ja nur die Frage, wo kommt die an? Das ist ein Weltmeister, da sind erfahrene Leute. Sind da einige jetzt verprellt? Musste man sich erstmal zusammenraufen? War der Ton ein bisschen rauer und kann daraus was entstehen? Nein, ich fand es überhaupt nicht. Ich meine, Dinge können mal angesprochen werden. Ich mag es dann auch, dass ein bisschen Bewegung und Reibung da ist. Schlimm wäre, wenn jetzt jeder auf sein Zimmer gehen würde und es wäre Friede, Feuer, Eierkuchen, wir würden nichts machen und es würde alles den Trainern überlassen werden. Das wird natürlich diskutiert. Das ist auch unser Ziel. Wir geben den Spielern ja auch Hilfsmittel mit Bildern, mit Videosequenzen, mit statistischen Daten, dass sie selber sich auch im Bild machen können. Aber das gehört dazu und das ist natürlich auch ein Thema, das Jogi Löw auch schon nach dem Saudi-Arabien-Spiel und auch teils dem Österreich-Spiel angesprochen hat, dass wir eigentlich das, was wir uns für das Spiel vorgenommen hatten, eigentlich nicht so richtig umsetzen könnten und einfach diese Konter zugelassen haben. Jetzt geht es nach Sochi. Da hat man gute Erinnerungen durch den Confed Cup, also zumindest die meisten und vor allem alle, die dabei gewesen sind. Das ist ja auch mal schon wieder eine gute Chance, um mal den Kopf ganz frei zu kriegen. Aber wenn Sie auch heute so die Mannschaft gesehen haben, mal so aus Ihrer Sicht, ist das da schon angekommen? Also ist schon der Schalter so von der Ernsthaftigkeit, ist der schon umgelegt worden? Ja, also die Ernsthaftigkeit war vom ersten Tag da. Also es war jetzt nicht, dass wir diese Tage hier, das haben wir locker angehen lassen, sondern im Gegenteil, es war sehr fokussiert. Vielleicht, auch das haben wir diskutiert, muss eine gewisse Leichtigkeit dieser Esprit, den wir in der Mannschaft haben, vielleicht auch wieder reinkommen. Dieses Gewicht des Weltmeisters, der hat ja nicht nur uns gedrückt, sondern auch die Weltmeister davor. Also er scheint wohl auch ein bisschen einen psychologischen Aspekt zu haben. Ja, wie wird man den los? Durch ein gutes Spiel, durch einen Sieg. Die Qualität haben wir. Wir haben genug Spieler, die auch in schwierigen Situationen in ihren Vereinen das durchgestanden haben. Man hat heute Vormittag natürlich noch eine Gedrücktheit, eine Enttäuschung gemerkt. Das ist auch jetzt immer noch nicht, sagen wir mal, dass da der normale Alltag zurück ist. Wir haben gerade noch das Spiel zusammen geguckt mit einigen Spielern. Das kommt jetzt langsam und wichtig ist es einfach da, sagen wir mal, dieses Spiel abzuhaken, natürlich zu analysieren und dann vor allen Dingen den Fokus auf Schweden zu setzen, dass man es anders machen will. Es ist eine ganz neue Situation. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht und hoffen natürlich auch ein gutes Ende in Sochi. Ab morgen geht es dahin. Ganz herzlichen Dank, Oliver Bierhoff. Ja, und damit zurück zu euch mit ein bisschen Hoffnung für den Samstag. Oktober. 0